So Leute, hier ist wieder euer Freshie. Also heute machen wir Topmodel und sehen mal, was es alles für witzige Sachen gibt. Zum Beispiel wie Tussi-Arten Nummer 1 oder voll draufgegängt Nummer 2 oder voll cool Bluffsack Nummer 3. Und das lernen wir heute. Zum Beispiel Tussis machen nur Mode. Und so habe ich mich extra gerade angezogen, dass ich es kann machen, das Video. Also, legen wir los. Okay, Tussis ist denn etwas so? Oh, also, hey, ich habe meine Nägel geschnitten. Ehh, es ist eklig. Nein, nein, ich bin Schott. Schau mal, meine Brutasse. Oh, ich liebe dich. Nein, für mich geht es nur Mode. Oh, mhm, mhm. Ja, mhm, mhm. So, Töne, jetzt mal die Tussis, Mädchen. Und die Modeln, die nur Modeln machen. Ich habe es drauf. Das sind etwa die Modelssachen. Und wenn ihr mich fragt, ob man das drehen kann, ja, das kann man drehen. Alles klar? Okay, jetzt war das meine Lieblings-Tasche. Nicht aus Tussis genannt, nur aus Tussis genannt. Okay. Also, es ist mein erstes Video und ich vom Vorschriften. Und ich hoffe sehr, dass ihr es einschaltet, weil wenn ihr schon Jan-Bauers Profil-Video wisst, ich bin seine Schwester und er ist mein Bruder. Ja, mein lieber Bruder. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch sehr gut drückt, weil das ist wirklich mein erstes Video und ich will es gelangt gut haben. Und ja. Schaltet ein, by on, freshly. Weil das wird heute echt gut. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Da hat mich mein Bruder geweckt. Mein kleiner Bruder, dann sagt er, ich habe Kaka gemacht und dann habe ich gesagt, ja, warum machst du denn das? Dann sagt er, immer in deinem Bett? Und dann sagte ich, was? Das darf doch nicht wahr sein. Hau ab, hau ab. Und jedes Mal höre ich von ihm, wie er den Eltern z.B. sagt, Tassel für Arschloch. Hat er z.B. vom Bruder, aber nicht von mir. Oder unser süßer Knobel. Also, wenn ihr auf OK drückt, dann werde ich das nächste Mal meinen Hund zeigen. Der ist nämlich Profi. Ich habe sogar noch Pferden. Pferde. Weißt du, wie ich früher immer genannt habe? Schau mal meine Swims zu. Okay, schautet ein, by on, freshie.